Geist wandeln, sie können ihren Körper in die Geisterunterwelt versetzen, während dieses Zustands sind die unverwundbar, jedoch ist ihre Interaktion mit der realen Welt blablabla. Oh, wir sind direkt in der Stadt zum Looten. Was ich gut finde, ist, dass das Spiel direkt losgeht. Ja, genau. Oh, ich hab ne Drilling. Ich glaube, dass ich rot finde. Und ne MG42. Kannst du ihn mitnehmen? Ja. Echt? Ja. Ich hab eins, aber das ist hier zum Rumstehen. Junge, das dauert richtig lange, die Nacht zu laden. Hat er aber dann 50 Schuss. MG42? Kannst du ihn mitnehmen? Ja, ich hab eine gefunden. Alter, wie viele Häuser sind denn hier? Ich bin in die komplett falsche Richtung gelaufen. Niklas, was hast du gesagt? Das ist mein Haus hier. Niklas, was hast du gesagt? Ah, ich hab ne Infusion. Mit Magie? Ups, das wollte ich nicht. Leider keine Granaten. Aha! Damit... Was bringt eigentlich der Tropf? Hat sich das schon jemand durchgelesen? Hier liegt noch ne Springfield. Ich glaub, da regenerierst du automatisch Leben. Äh, markier die kurz. Hier liegt ne Springfield. Ich hab ne schöne I-Tacker. Ich hab ne Erma. Erma, Erma. Tante Erma, Toyo. Tante Erma, Toyo. Na ne MP35? Also eigentlich hab ich alles, ich hab ne MPG42 und ne Schrotflinte. Mehr brauch ich nicht. Ja, eins für Nahkampf, eins für Fernkampf. Eins zum Bimsen und eins zum Doppelbimsen. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir sind mittig, Junge. Wir sind mega mittig. Niklas, warst du schon in der Bunkeranlage? Ja. Warst du nicht. Schmiedelrotz. Hab dann nix gebraucht. Noch nicht die MG42? Die du ausbauen kannst? Wenn du 13er Maulschlüssel dabei hast? Ich hab wieder keinen dabei. Junge, ich hasse diese Leitern. Alter, da sind Winden. Alter, ich war mir vorhin schon mal. Wär auch komisch, wenn die 17 Millionen verschiedene Maps hätten. Tschüss! Junge, 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 Junge. Ey, unter mir! Die holen die Tür auf. Ich hab ihn. Wo ist der? Ich hab ihn, ich hab ihn. Ist tot. War noch einer? Oder der hat dir gerade nachgeladen? Ich. Wenn jemand macht hier ne Tür auf. Aber wenn der hier war, dann sind andere nicht weit. Ja, aber wenn der direkt tot war, dann war der alleine, oder nicht? Nee, ich hab ihn, äh, mordet. Ah, ist der schon auf dem Boden lag, oder? Juhu. Ich hör draußen was. Richtung Nordrhein noch nicht. Ja, hier an der Kante. Hab ihn! Und die können irgendwie die Wände hochkraxeln. Ey, ist drauf, ist drauf! Hab ihn! Beleb mich wieder, beleb mich wieder, fix! Rennt noch einer rum. Gib mir Deckung, ich revive ihn. Oh! Hey, mein Magazin ist empty! Reloading! Irgendwie dumm die waren. Ja, aber wir haben zwei getötet, oder? Drei. Mark und ich haben unten auch noch einen. Okay, dann ist aber lebt noch einer. Der hat übrigens nur Kack-Mu, äh, nur Mosi und MP. Ups, entschuldigung! Fuck! Junge, die Drilling ist ja Killer, die Schrotflinte. Dreimal im Kopf geschossen und der ist schon tot. Äh, brauchst du Munition für den Drilling? Hab ich hier. Echt? Ja. Nein, das war auch geil. Patz! Mir ist ganz unsicher, lass uns bitte zusammen in den Bunker gehen. Danke. Brauchst du ein Nachtsicht-Fernrohr? Hast du was? Ja. Keine Knifte, wo ich was draufpacken kann. Äh... Hier ist ne Beretta M38. Ja, aber lass doch eigentlich hier bleiben, oder? Wir brauchen noch ein bisschen geileres Luft. Wir haben keine... Ja, der Bunker, der hat noch einen Keller. Aber ich will da nicht reingehen, weil ich Angst habe, dass der dann lauert. Schlüssel? Einer von euch? Nein! Oh, Niklas ist das. Niklas ist das. Niklas ist so ein Stück Kacke. Also... Wollen wir eben unten in den Bunker gehen? Ja. Ich hab ne K. Mit Vierfachs. Nice. Warte, äh... Ich hab ne Schrotflinte. Ich hab ne Schrotflinte. Die sind jetzt schon unten drinnen. Ich auch. Die sind Fahrräder für Behinderte. Das ist nichts. Das haben die bestimmt gerade weggelootet. Ja, die hatten auch nichts. Boah, die hatten ne Springfield und sowas. Hatten die auch Jacken? Ich hab ne Weste von einem gekriegt, ja. Boah Junge, die Leitern sind so ätzend. Ich glaub hier... Ich glaub hier... Ich glaub der ist noch hier. Alle stehen bleiben. Bis auf Silke bleibt ich halt. Bis auf Silke. Ja, ist keiner da. Ja, ich... Ich muss hier diese Kack leider hochkommen. Warte. Ich hab jetzt auch was gehört. Glaub ich. Stehen bleiben? Ne, ist nichts. Der K. läuft halt, ne? Ich hab nen heiligen Schein. Guckt euch das mal an. Einen heiligen Schein. Der heilige 2-Au-Schein. Ich hab nen heiligen... Ne heiligen Schein, Junge. Wollen wir hier in die Stadt reingehen? Ne, von da kommen wir. Komm, wir bimsen die Stadt. Wir haben grad richtig... Leute gebimst, jetzt bimsen wir die Stadt noch weiter. Wir können auch den Dingens hier durchlooten. Den Graben. Niklas, du musst was essen auf Tee. Oder trinken. Auf Gesicht. Ich hör hier überall Schüsse. Ja, ich auch. Aber... Das ist nicht ernst gemeint. Die sind hier in Texas, Junge. Wenn die sich nicht trauen, auf uns zu schießen. Wir haben grad hier welche weggewinxt. Das ist wie ein mexikanisches Familienfest. Hier ist noch ne MP35, wenn die jemanden haben will. Ja, ich brauch irgendwer was, was weit weg schießt. Ich hab nur ne scheiß Schrotze und ne MP3. Oh, ist dir ein? Oh. Du bist auch schon 160 Meter vorweg. Weit weg oder nicht weit weg? Bei uns hier direkt. Vor mir. Zwei Stück. Da bei dem MG42 stand. Richtung Nordosten. Die gucken mit dem Rücken zu uns. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Die bimsen. Ich versuch die zu umkurven. Aber nicht zeigen. Die dürfen uns nicht sehen. Ich seh sie, ich seh sie. Ich auch. Feuer! Granate. Ich hab ihn gedown. Er ist tot, er ist tot. Au, wow, wow, wow. Ich hab kassiert. Da ist noch ein dritter. Und ein vierter. Granate. Er kann nicht durch den Haus ballern. Ach, das ist ein Tor. Fuck, alter. Pass auf, der kommt noch viel zu, Mark. Der ist direkt vor uns. Der ist rüber gesprungen. Was? Der ist halt aber hinter mir. Ich hab ihn, ich hab ihn. Du wiederholst mich. Krieg ich einen Rekalossa. War der direkt tot? Würsten alle tot sein, oder? Kann mich jemand wieder... Ach, danke. Ich brauch... ich brauch ein neues Schnellschussgewehr. Need cover! Aber die hatten ja gerade... Ey, ist doch einer da! Hilfe, ich bin tot! Wo ist der denn? Hinten, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Süden, 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 Süden. Rewrive mich! Ja. Doch, Süden, ich hab den gesehen. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Eine Sekunde. Jetzt hab ich da. Essen. Der ist hier, in der Kirche. Eingang, Eingang Kirche. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Lass du erstmal in die Kirche reingehen. Sind die da nicht? Da sind die doch bestimmt. Oder war das der letzte von denen? Der hat ein Stummgewehr gehabt. Ist der direkt gestorben? Oh nein. Der ist eine Panzerweste. Nimm dir die Panzerweste, Tom. Ja. Haben wir jetzt drinne? Ich war drinne. Scheint nichts zu sein. Hat zufällig jemand Magazine für das Ding aufgesammelt? Sturmgewehr? Ja. Ne. Scheiße. Ja, dann brauch ich das nicht. Das hat keinen Schuss. Deswegen können wir hier wahrscheinlich auch so einfach wegmachen. Mag, was versuchst du da? Ich hab nur geguckt, was für eine Waffe. Ach so. Ist da noch was Gutes? Ist hier noch? Sturmgewehr, aber ohne Muni. Ich mein hier drüben, wo wir die anderen weggebumst haben. Oder ihr. Ich brauch Magazine für... Ich hab da richtig einen reingehalten. 3, 4, 5. Ich weiß nicht, wie viel ich schon gefummst hab. Wo braucht's steht's? Drei. Hier ist dann das FG-42, das ist richtig gut. Ja, aber hier brauchen wir auch Munition für. Ich hab jetzt noch 40 Schuss für meine Barretta. Das ist wahrscheinlich schlauer. Stufe 2 wärst du an, und da liegt, äh, Stufe 2. Okay. Was kann man denn hier jetzt machen? Schwächefalle, Sprungpolsterfalle, Quelle des Lebens-Symbol. Uh. Ich lass es wieder in die Hand reingehen, oder? Ich kann voll viele Pfeilen legen. Ich kann alle Pfeilen legen, oder? Virtuelle zitternden Hände. Ja. Lass uns schon mal hinlaufen, oder? Da in die Richtung. Lass uns hier so ein bisschen außerhalb. Wieso hab ich diesen Kranz um den Kopf? Das ist die beste Verteidigung. Wo du den aufgesetzt hast. Das ist der Heiligenschein. Den hab ich vorhin auch schon mal aufgesetzt. Besser als den Kochtopf. Ja. Den hab ich jetzt nämlich aufgesetzt. Alter, ich bin so fucking langsam. Wir haben ne leichtere Waffe in die Hand. Nein, ich hab die falsche Waffe genommen. Du musst da hinten eigentlich nochmal hin. Hast du noch Munition für die Waffe, die du jetzt hast? Hey, jetzt 7 Schuss. Das ist ne Schrotze. Kontakt, oder? Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ja, vorne ist ne halbe Bunkeranlage. Stimmt, vorne sind Leute. Wo? Markieren, markieren. Äh, da. Hä? Da ist ein Spielautomat. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin komplett tot. Ja, komm, die haben ein MG. Die haben ein MG. Weg, 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 weg. Ja, ich hab auch eins. Auto. Wo ist die Karre? Ich sehe das Auto nicht. Da kommt sie. Das ist ein Panzerwagen. Ein Kübelwagen. Lass uns hier in die Stadt rein. Ey, keine Chance. Da ist ein MG nicht. Der will uns ablenken, damit der MG-Schütze uns abballern kann. Zeigt euch nicht. Ich hab nix mehr zu essen. Hä? Unten ist ne kleine Hütte. Da können wir sonst rein verballgatieren. Ich kann meine Super-Attacke machen. Achtung, Mark. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte noch laufen. Was passiert, wenn ich meine Super-Attacke mach? Dann bist du für ein paar Sekunden unverwundbar und so ein Wolf, glaube ich. Nee, ich bin schaub. Dann kannst du irgendwie slow-mo schießen. Also, ich hab gerade meine Super-Attacke gemacht. Kommt ihr hier rüber? Ich bin tot. Du bist letzter, Tom. Hinter dir. Links, links, links. Da. Zombies. Du Scheiße. Alter, können die hochspringen. Was? Der Junge, der hüpft. Was machst du denn auf für ne Mütze, ey? Die anderen ballern auf die Zombies, Junge. Halt drauf! Hä? Was? Oh, Junge. Was ist denn mit denen? Wie kacke war das denn? Wie viele Kills habt ihr gemacht? Null. Ich bin da. Was ist denn mit denen? Ich bin da.